Der Verstand arbeitet, die Erkenntnisse mehren sich. Aber je schärfer der Verstand arbeitet, je schärfer die Erkenntnisse werden, desto weiter kommt die Menschheit vom Sinn weg. Auch dies ein Zitat aus dem Dario von dem Projekt Gutenberg. Wie ist das mit dem Verstand, mit dem einseitigen Verstand, den wir haben? Natürlich müssen wir einen Verstand haben. Auf der einen Seite ist es schon wichtig für eine Alltagsbewältigung. Auf der anderen Seite hat der Verstand Erkenntnisse, die scharf werden, die klarer werden und die herausfordern deswegen, weil sie immer klarer werden, weil wir argumentieren können, weil wir einer Logik folgen. Und dann werden Erkenntnisse sehr scharf und dann ringen wir um diese Schärfe miteinander. Wir argumentieren, wir sind im Diskurs. Aber tatsächlich, je schärfer die Erkenntnisse werden, je verwirrender wir sind im Miteinander, im Kau der Welt, dass wir so zusammen reden jeden Tag und argumentieren, die Welt ist voll davon, desto weiter kommen wir als Ganzes, als Menschheit vom Sinn der Dinge weg. Das ist dieser philosophische Leitsatz, der interessant ist. Der Verstand, der meint, ist etwas Grundlegendes und wir dringen in die Dinge ein mit unserem Verstand. Und was ja noch hinzukommt, ist eben diese Argumentation des Verstandes. Ich möchte andere Menschen davon überzeugen, was ich erkannt habe, von meiner Schärfe, in meiner Verstandesmöglichkeit. Und dann hadern wir natürlich, weil die anderen Menschen merken und weil ich dabei auch selber merke, es wird einseitig, was ich da argumentiere. Es wird irgendwie sinnloser, immer sinnloser, je mehr ich in den Verstand eindringe und die Dinge einseitig bediene. Das ist der Punkt. Und das geschieht immer wieder im Leben, auf allen möglichen Ebenen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Diese Erkenntnisse, die wir haben, diese Verstandes, rationalen Erkenntnisse, diese logischen Argumentationsketten und all das, bringen uns, je tiefer wir uns darin verstricken, mehr, immer mehr von dem Sinn, von dem Sinn ab, von dem Sinn des Ganzen. Und die Sinnfrage ist ja eine ganz zentrale Frage in unser aller Leben und dem Leben der Menschheit. Die Sinnfrage ist grundlegend. Was ist der Sinn? Und Sinn gilt es immer wieder zu erfahren und damit zu erfüllen, zu erkennen, bewusst zu werden. Und wir kommen dann sehr leicht tatsächlich in unsere Verstandesarbeit hinein. Wir forschen immer mehr, wir wissen immer mehr, wir sammeln das Wissen, wir algorithmisieren es. Es gibt Studien und Metastudien und Metametastudien. Und wir versuchen immer mehr Erkenntnisse, die da sind und über die wir verfügen und damit eben auch argumentieren. Und wir versuchen, unseren Verstand immer schärfer werden zu lassen. Je schärfer tatsächlich der Verstand arbeitet und je schärfer die Erkenntnisse werden, je unbefriedigter werden wir als Menschen, weil wir den Sinn verlieren. Weil wir da etwas Einseitiges getan haben. Weil wir drauf und dran sind, die Ganzheit das Gesamte aus den Augen zu verlieren und gar nicht bemerken, in was wir uns da hinein manövrieren. Vielen Dank. Vielen Dank.